jetzt wurde die niederlage eingestehen muss hauptsächlich wegen dem kleinen roten wohnen wasser er hat sie die badebuchse wieder hoch dann ziehst du nicht mehr aber der muss doch noch gepökelt werden herzlichen glückwunsch für dieses kino nein es scheint er hat das deaktiviert dafür kenne ich ihn viel zu lange wie in den kleinen roten wurm oder ja auch stehen da ist eine kleine schlange ja sie war klein und sie war die schlange und mini ich beschwere mich nicht über die stelle ich sagte wenn man von weiten guckt ist der berg vor uns noch total heile gebäude kommt erst richtig spät so richtig auch so das weg gegraben und so ist alles noch gar nicht passiert wir haben uns eine wirklich schön gerade stelle rausgesucht Prozent ich habe überlegt wenn man so einen Berg abbaut ob er dann noch als Bergkrieg quasi sind Teil mit schnügel wird von Kumpel das ist ein kleines Jahr der kleine Gebirge Challenge accepted halt so ein Hubbel außerdem ist ja auch meine rhetorische Frage äh wir fallen übers Wasser und also ja da fällt mir noch ein hatten wir nicht eigentlich schon ein paar Voice-Pferde uns ein Scheiß gesammelt für Boomhemmel? ja hat genau für einen gereicht ich hoffe den hast du an sehr schön sehr schön wobei wir Fälle noch genug haben wir haben nur keine ähm ähm Dingens mehr keine Wolksköpfe Wolksköpfe brauchst du auch noch dafür ok mhm oh cool man kommt in das Storage oder auf ein Land aus man sehr gut sehr gut so von Biene könnt ihr euch erklären lassen wie man angelt tja ist doch Angeln Angeln ist in allen Spielen anders scheiße ok oh irgendjemand hat die Kisten aufgeräumt wer das wohl wieder war Dex also ist doch schon da alles klar ja chaoten Dex hat schön aufgeräumt ja hat einfach alles abgefackelt aufgeräumt afraid also Boot 1 ist angekommen das Schlangenfutter fehlt noch auf auf ich mein burp ist jetzt dir weiter geplant komm wir hatten Patienten bis jetzt eins planets und den haben heute sogar erfüllt ja Also, jetzt erwarte nicht, dass wir weitergedacht haben. Bei Stadio sehen seine Kisten auch nicht besser aus. Okay. Nico, Nico, Minecraft spielte Ursprung. Warum? Nur weil ich so extrem viel aufräume, oder? Hör auf zu ruckeln, Spiel. Danke. Ach, du hast gesaved. Ich werde gemobbt, weil ich Ordnung halte. Das wird das nicht Ordnung nehmen. Was? Deswegen habe ich ja ein automatisches Lagersystem. Ja, das hast du aber am Anfang nicht. Und genau das ist das Problem, wenn man mit dir im Minecraft spielt. Batsch. Müssen wir übrigens mal wieder machen. Eine gechillte Runde im Minecraft. Kennst du den Create-Mod? Hm, nee. Der ist mit Zahnrädern und so. Mhm. Also, eine Runde im Minecraft wäre auch sehr schön. Hattest du nicht mal eins mit technischen Spielereien, Satt? Ich liebe halt die, die, äh, wie heißen sie, die, äh, Kisten, Edgar, die wir immer haben. Äh, die Storage-Store? Ja, die Storage-Store. Oh, ich liebe das. Ja, die Storage-Store. Du nimmst eine Kiste, einen Trichter drunter, du schmeißt alles rein. Digga, gleichzeitig weg. Wie geht das? Rück mal Shift dabei. Shift E. Glaub nicht. Guck dir nichts an den Mod. Ah, okay. Der hat seine Cheater-Mods, ey. Deswegen stirbt er so oft. Äh, ist sein Leben so einfach. Ja. Klitt. Ich hab das vorhin durchzucht, der festgeschäftigt, ey. Klitt gemacht, ab sofort die Felder. Nehmt die komischen Kreuze, da brauchst du eine Nachricht. Das ist eigentlich überall so dumm. Ja. Was? Was für ein Bier? Das würde ich. Das wäre überall so dumm. Ich lege dir mal die Leuchtkugel in die Felderkisten. Das ist gerade doch ein bisschen dunkel. Wir könnten ja auch einfach schlafen gehen so. Nein, 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 nein. Ich werde den Gunz der Stunde nutzen, um mir was zu trinken holen. Ich hab jetzt Karotten in der Tasche, ja? Sind das jetzt Blumen, Gemüse, Gemüse. Karotten und Gemüse hat gerade ganz kurz das Feuer geflackert so im Sinne von ausgeht angehen ja mach das öfter ich wollte mir sicher gehen sehr viel wir betten uns gerade zurück in dem Moment hätte er nicht drüben müssen und sonst wo sein genau das hätte ich auch so weit gedacht ich bin da und hier good morning my neighbors yes 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 you too hat jetzt keiner die Felder angepflanzt oder? du brauchst die doch jetzt warum? ich kann nur schnell abernten dann pflanze ich halt ab weil ich mach's sag ich doch nie will man mich auf mich hören ja was? was? guten morgen ach der langschläfer ist auch schon wach ich könnte jetzt einfach mal Dinger schnappen und dann unterstützen zum beispiel sind ein frostmäht bringst du mir ein mit es regnet ja bei regen wird der weg und die klamotten nicht dann brauche ich auch nicht hochgehen weil mit dem frost mit ist wer da trotzdem kalt leben hätte das funktioniert das gibt überhaupt keinen sinn ist aber so warum rennt die wirtschwein dann hier draußen rum das habe ich mich auch schon gefolgt zahne 1 braucht kein mensch ja dann mach äh fleischerei raus du weißt ja wo die kisten dafür sind naja äh was soll ich denn anpflanzen was braucht man als nächstes kommt drauf ein also wir brauchen 36 samen für ein komplettes feld wenn wir weniger als 36 samen haben würde ich behaupten packen paar samen dazu ich habe jetzt in letzter zeit halb halt gemacht um einfach die samen aufzufüllen ja 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 ich habe sehr viel samen gesagt in den letzten zwei minuten äh hier draußen geht doch schon wieder am boot kaputt ich bin nicht da das stimmt äh ich hab nur das scheppern hören hier gerade so auto ja ein getränk nice you are freezing sie verarschen du könntest was du essen kannst ich habe gerade was gegessen fresser ah das ist das hintere boot das satt boot geht kaputt ok obwohl es einfach auf 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 see steht also hat da wohl wieder irgendein back ein spaß gehabt mhm aber auch gerade so richtig aber ein boot fressender pack ok da bin ich glaube ich nicht runter runter nicht runter der wind bläst von den bergen wir brauchen hier klicka äh ich kriege ja ich auch ich bin tot ok ich lauf wieder zurück das packst du nicht solange das event ist ähm ja ich dachte nur zurücklaufen zum drinnen abfrierst du nicht klicka das kann ich ja schon mal sagen achso das ist ein anderes event keine monster aber das sind die 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 drachen ne ja aber wir brauchen solche tränke wir haben die küche ne ja da sind glaube ich noch 20 stück oder so die schießen ach ja so drachen habe ich drinnen keine fernlinie röchstens so dann gehen wir mal drachen jagen nein 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 komm der war zu viel weh und zu weit ja kalter wind bläst von den bergen ja dann her mit den vier ach da ok juhu ich hab die spitze erreicht ich bin der könig der welt oh hier ist schon jemand ich bin doch nicht der könig du bist du meiner nähe nicht ich hatte auskosten ok weil ich hätte sonst mal f gedrückt äh hier ist noch mal so gut er war auf der anderen seite zwei drachen sehe ich die spitze und er hat dich bemerkt ok ok den haben wir so der andere ist ein stück weiter vorne oh der hat dinger noch da gelassen drachen helme und drachen drauf hier äh jetzt soll mal außen rum gelaufen keine ahnung was er da tut über den schwein war der eben da ist er du suchst den weg zu uns oh da oben ist ne jetzt ne möbel oh du hast feuerpfeile schöne idee oh die die machen richtig schaden auf den oh hier ist noch einer ich dachte feuer und eis ist vielleicht ja das macht richtig guck mal der geht ja fast zur hälfte weg da durch ich könnte ihn nochmal wieder anmachen den ping ja ich glaube er hat genug von uns ich glaube der ist weg ich befürchte da kommt irgendwann wieder ja das glaube ich auch aber ja ich glaube hier ist wieder irgendwer auch schön dass man dann erfriert bei dem event ja ja weil ich war gerade im wasser shadow elf sei gegrüßt und danke für dein raid was habt ihr gespielt lange nichts von dir gehört ja ich kann einen drachenhelm bauen ich will einen drachenhelm wie geht's wie steht's was habt ihr gespielt und überhaupt und so und lange nicht gehört genau und lange nicht gehört äh guten abend Dota wieso oft dann hoffe ich äh dann hoffe ich seid ihr äh gut durchgekommen und habt viele Siege eingefahren und nein ne äh ne und wir waren eben nackt aber jetzt sind wir es nicht mehr das kommt wieder keine Sorge mir geht's echt gut für den Homeoffice mir geht's auch ganz gut also Homeoffice mach ich seit März und äh nicht diesen Jahres letzten Jahres sehr viel Homeoffice oh hier das Boot von daher alles gut das das Boot ist beim Reparierung zusammengebrochen was eben so verpackt war ja ja aber gut ich hab die Zutaten also Satzboot ist auch weg wir haben jetzt wieder ein großes ein kleines naja mehr sollen wir wohl nicht haben ja der der Reparaturbalken war auf Null und dann hab ich drauf gedrückt zu reparieren und es ist sozusagen gebrochen ok voll repariert ja das solltest du tun weil dann ist schön das stimmt nur nicht mit uns aber das haben wir richtig ja wir sind ein bisschen chaotisch aber liebswert hat er grad ein bisschen gesagt ja es geht noch immer chaotischer nur nicht mit uns ich seh ja ein Muster du spielst ja auch nicht mit uns mal ein du spielst mit uns fast wo na da gräbt sich jemand tiefer ein mhm was macht ihr da eigentlich ich denke ihr geht geht die Dicke jagen ja ja wir sammeln gerade Silber achso und wenn Wolf über den Weg kommt jagen wir auch Hilfe aber hier ist grad keiner und von daher jagen wir keine Hilfe Glückwunsch machen wir so lange hier da kommt der 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 die Star ja schön dass ich ihn gehört habe bevor mein äh vorsicht großer Typ ja entschuldigung ich habe ihn erst gesehen als äh als die Erde gestottert hat gebebt hat äh Silber habt ihr schon wieder einer nicht viel hier also gar nichts ja du kannst gerne mitsammeln ja wir sind hier auch nur zu zweit ein Wachposten und ein Gräber ja ich habe nicht meine Eisenspitzhacke äh dann solltest du falls du die Möglichkeit hast eine machen falls nicht dann ist es doof alternativ kommt vorbei kriegste meine ich mache weiter Wachposten kann ich sehr gut schmilzt Dexans Rüstung ein welche von den Vieren welche von den Vieren 21 Eisen da ja mit 21 Eisen kriegen wir glaube ich noch eine Spitzhacke zusammen beim nackt sein oder beim Eisensammeln ja ob wir noch für irgendwas Eisen was sie sagt ich überlege gerade ob wir noch für irgendwas Eisen brauchen ja später dann wieder jetzt brauchen wir doch eigentlich ständig oh guck an da kommt noch ein Drach hinein hier haben wir ihn treffen Hiro sei gegrüßt danke dir für deinen Wraith was habt ihr gespielt wie geht's dir und überhaupt und äh was gab's zu essen die Frage warum braucht ihr euch keine äh Silber Rüstung weil wir noch nicht genügend Silber hatten bis jetzt glaube ich